Zurück vor wirklich einem wunderschönen Ausflug, heute am Sonntag, den 01.01. im Jahre 2023. Ich werde mir jetzt noch schnell die Mühe machen, diese eingefangenen Bilder und auch Videos kurz zusammenzuschneiden, wenn die Zeit es erlaubt, und werde euch die zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr auch teilhaben an der Faszination, die ich heute erleben durfte. Ein Prosit neues Jahr! Lasst eure München wahr werden! Alles Gute! Alles Gute! Spannende Musik Spannende Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.